Musik Oh, wir haben drei Verräter Hi, guten Tag Hi Was geht ab? Nichts bei dir Oh nix Besatzung Besatzung Ich schwör, bro Ja, ist klar Boah, dieser Schlüssel Äh, ich muss uns Lager Lager Nutzen Da ging schnell Hier war ein Waffen Aua Ha Okay Ich war Admin mit T Hm Ich skip Schade, dass man nicht sieht, wer wen gewählt hat Das ist immer interessant Dann weiß man direkt, wer Sass ist Hm Und das wurde direkt Reportherren, nachdem er gestorben ist Also safe, denke ich Da haben aber nicht alle abgestimmt Wir sind ein bisschen mehr wie sechs Bin weg Wie bin weg Oh, Disconnect Echt jetzt? Hä? Bist jetzt rausgeflogen Hallo? Bist du noch da? Ja Bist du rausgeflogen? Ja, zweimal schon Echt? Ja, das liegt irgendwie an deinen Updates Also irgendwie ist deine Internetleitung gerade ziemlich voll Ja, irgendwie will ich, obwohl ich alle abgebrochen habe Trotzdem macht er wahrscheinlich irgendwo Irgendwo welche Kommst du gleich zu mir? Ja, ich fang gleich los Hä? So war das jetzt aber nicht gemeint I know Hi 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 Hi, ich bin nicht weiß Kann ich mich weiß machen? Hi, der macht dich rosa Rosa geht noch Das andere rosa doch auch Ich kann aber dieses komische gelb nehmen Na, nimm doch Ich nehm rosa Jetzt ist rosa weg Hä? Rosa war doch gar nicht frei Achso, ja, wusste ich doch nicht Wir fangen jetzt an Ja, ich weiß Ich bin dabei Welche Farbe bist du jetzt? Weiß ich nicht So ein rosaton Lachsfarben Ja, Lachsfarben Ich bin der hier Wo bist du? Ich seh dich nicht Da, hi Ich fang gerade erst an Hi Hi Hallo Hi 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 Tschüss Dein Ernst Du, die, du, die, du, die, du Du bist das So ein Opfer Was bin ich? Hä? Ein Opfer Nein, du Bitte einfach, während ich da meine Tast mache Töfte, ne? Das ist doch eine schöne, angenehme Sache, wa? Da, wo die Leiche kaum einer findet Hä? Warum wirst du nicht angezeigt? Hä, du bist Achso, du bist ja gar nicht tot Ich bin doch da Danke Wieso? Ja, direkt denken, ich wäre tot Wer ist denn Vanessa? Die Rosane Hä? Wo ist Vanessa? Jemand Single? Ouch Ich hoffe, die haben jetzt nicht alle mich gewählt Das wäre schon krass Oh, Gott sei Dank Oh, krass Du hast mich auch gewählt, ne? Ja Wo wusste ich das? Du, du, du Denk dran, ich kann dich töten Du wählst mich auch immer Ich hab dich diesmal nicht gewählt Bitte, ich doch Ist mir doch egal Okay Hi Ich bleib jetzt einfach die ganze Zeit bei dir Nein, geh Warum sollte ich das tun? Oh, perfekt Bam 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 mit den türen die du die du die du die wasser aufstehen tür reaktor ist an ich hoffe es hat keiner gesehen was hast du gemacht ich habe außerdem gewendet ich hoffe es hat keiner gesehen doch ich bin die holle hat rot getötet ist er das okay was will man jackson weiß ich nicht lila sass bella kann ich meine federn was ist komisch komisch geht den sachen ab wird jetzt wählt doch aber nicht mich nein ist er nicht doch war ein verräter nein nein war es nicht weg ich mag das nicht dass du mich so viel folgen echt nicht töten ich töte dich doch gar nicht ich bin doch reaktor am machen also am fixen schön gemacht habe ich es nicht aber ich hab's gefixt bist du denn hin bist du da bist du versteckst du dich ja saft man kann ja kacke gewinnt hier macht jemand wir pins wir von dem bein ist jetzt safe machst du auch weapons sie safe gut wenn man sich jetzt helfen kann ja töfte 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 wo macht das licht wieder an ist noch reingekommen ja warum glitzt du dich jedes mal durch diese tür durch jedes mal Die war nicht immer durch die Tür. Letztens war es durch die andere. Ja, aber trotzdem glitscht ich durch Türen. Komisch, als bin ich die ganze Zeit bei dir und keiner stirbt, ne? Schon sass. Wo muss ich denn da hier? Weiß ich nicht. Oh, falte Raum. Jaja. Echt jetzt. Was denn? Oh, geh mal weg. Geh du da weg? So. Oh, ich schwör, töd dich. Was denn? Ich mach doch gar nichts. Verlass mich nicht. Hallo? Ich find dich so oder so, also. Hi. Halt schon nicht, Tungs. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Oh Mann, war das krass. Ach du Scheiße. Knappe Sache, knappe Sache. Ich werde jetzt alle sterben, ey. Ich hab dich nicht getötet. Es ist sowas von vorbei. Es ist sowas von gelaufen. Wie mir einfach keiner geglaubt hat, ey. Ja, ne? Ich muss nach Atemraum. Dann mach das. Tue dies. Fertig mit Tast. Okay, mich nicht. Ich wollte hier hin. Ich wollte hier hin. Da bist du. Ich werde jetzt eh gleich rausgewartet, wetten? Gleich drückt einer den Knopf und dann bin ich raus. Guck mal, hier ist keiner. Okay, das war schon mal ein Anfang. Ich bin halt nur jetzt mega, mega krassass, nicht? Keiner hier am Knopf? Wie kann das denn sein? Ich follow you now. Tue dieses. Wo ist, warum ist denn hier kein Mensch? Hat er nicht gesehen? Hat er nicht gesehen? Hat er nicht gesehen? Hat er nicht gesehen? Scheiße. Ich stimme, ich schreibe nachher in die Runde. Danke fürs Vertrauen. Will Du mich fassen!? Wenn das jetzt klapp, ne? Das wäre so krass. Alter wäre das krass, wenn das funktioniert. Komm, Weltstone. Nass ihn rausfliegen! NWeill, Lass ihn rausfliegen! Nein, nein 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 nein! Nau, NO, NO! Nein! Ihr seid alles, mareche Idioten! Das ist auf jeden Fall schon was in der nächsten Folge passiert. Oh, ist das geil. Oh, Mann. Ich hab auch schon einen richtig geilen Titel. Wir haben nur Idioten erwischt, ey. Oh, nee. Etwas anders. Was denn für ein Titel? Wird er damit durchkommen? Oder nicht? Kommt da auch nochmal einer, oder? Mach doch. Ich will aber einen töten. Da. Bitte, hab ihn gesehen. Nein, der hat mich nicht gesehen. Er hat mich nicht gesehen. Nein. In Ernst? Du bist so ein Lügner, ne? Wenn das jetzt wieder klappt, ne? Ja, dann bist du definitiv in der nächsten Runde raus. Scheiße. Oh, Mann. Das wäre so eindeutig. Das wäre so geil gewesen. Ich bin gespannt, was sie jetzt alle sagen. Erneut spielen. Oh, Leute. Ja. 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 Kannst du Robo... Nee, du kannst nicht kicken, ne? Nee, ich bin kein... Aber warum denn kicken? Der hat doch nur Nob geschrieben. Finde ich nicht nett. Ach so. Ja. Oh, es geht schon wieder los. Ja, wie lange ich damit durchgekommen bin, ey. Hammer. Wie ist dich auch noch voll hintergangen ab. Echt, ey. Jetzt bist du Impostor und hintergehst mich. Leider nein. Schade, schade. Jetzt trauen mir alle nicht mehr, wetten. Wie ist immer... Ach so. Oh, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte da hin. Keiner traut mir jetzt. Oh, ich wollte da hin. Ich mach warum. Weiß ich nicht. Aber schon krass, wie lange ich damit durchgekommen bin, ey. Hätte ich nicht gedacht. Hä? War das ein zweiter Korn von dir? Was für ein zweiter Korn? Da stand gerade Mimi mit ganz vielen Is hat verlassen. Ja, nee. Okay. Interessant, interessant. Adolfs. Adolfs. Nee, bin ich nicht. Ich kenn ich gar nicht. Möcki. Wie der Michels direkt zerst, Alter. Oh, Leute. Ich bin mir auch nicht so sicher. Wahrscheinlich bist du es genau wieder. Ist Hamburg ein Bundesland? Nein, Hamburg ist eine Stadt. So Robo, so Rock hat es echt auf mich abgesehen, ne? Was? Robo, so Rock hat es echt auf mich abgesehen, hab ich so das Gefühl. Weil wegen dir gerade. Ja, von Anfang an so. Schreibt da auch noch ein Noob, da bist du selber denn Noob. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hi. Hi. Ah, diese scheiß Raddrehen. Geh nicht. Fertig mit Raddrehen. Jetzt geh ich wieder zur Kommunikation und machen mein... Upload fertig, Dunkelgrün hat mich gerade abgeschlachtet. Ich liege vor dem... Weiß ich nicht, wie das Ding jetzt heißt. Vor... Kommunikation. Okay. Vanessa ist, glaube ich, gerade mir vorbeigelatscht. Geil. Ich bin gespannt, wer mich findet. Ich gehe Tasks machen. Oh, schon wieder dieses Raddrehen. Worauf muss man denn dieses Raddrehen? Keiner findet mich. Jetzt ist recht nicht mehr. Oh, jetzt ist Ding jetzt richtig sass wahrscheinlich, ne? Hoffentlich. Wer? Robus Rock. Oh, oh. Ich will ja nix sagen, aber der war gar nicht in der Nähe. Bist du's denn? Ja. Aber dann kill den mal bitte. Fokus den einfach mal. Kill den weg. Ich spute den jetzt. Ja, oder so. Und dann kill den gleich einfach. Zack. Aber ich schwöre, ich habe gerade den einen getötet und der war noch nicht mal in der Nähe. Der kam noch nicht mal von da. Ja, deswegen töte ihn. Töte ihn. Tu's für mich. Breche mich. Ich habe den jetzt erstmal gevotet. Wenn du jetzt nicht rausfliegst. Soviel zu dem Thema. Jetzt steht da auch noch, dass du Imposter bist. Ja. Ja, scheiße. Hi. Hi. Was geht ab? Ach ja. Also wenn ich gleich im Poster bin, ich... Was kann man denn noch hier so sabotieren? Ich werde den sofort umbringen, wenn ich den gleich sehe. Instant. Mann, 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 Mann. Warum fixt denn hier keiner was? Weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Wer alle Angst haben, da hinzugehen? Keine Ahnung. Warum geht man am Ass, wenn man horny isst? Äh, was ist horny? Geil. Achso. Ich weiß ja nicht. Mittwoch. Jetzt habe ich gar nicht geschrieben. Was? Was hast du nicht geschrieben? Nix, nix. Oh, Robo Sorok hat beleidigt. Dann würde ich sagen, es gibt Zeit, dass wir den irgendwie loswerden. Ich wollte gerade schreiben, sehr erwachsener. Kann ich ja noch. Kannst du gleich schreiben, ja? Boah, lass mich schreiben. Ja, wenn der tot ist. Der ist doch tot. Wenn das jetzt vorbei ist. Wo ist meine Maus? Wo ist meine Maus? Ich hab Nein. ... Hast du das ausgestellt? Ja. Das will ich sehen. Geh gucken. Bei irgendeinem sehen die, dass wir zusammengehören. Hä? Was? 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 Duut. Äh, wo ist denn der Robo-Zurock? Den kann man bestimmt melden, ne? Den kann man nicht melden. Geht das nicht, wenn man tot ist? Doch, du musst einfach auf seinen Namen gehen. Ah, ich melde den jetzt. Äh, melden. Robo-Zurock. Ich kann ihn nicht melden. Ist denn der? Der ist gar nicht mehr dabei. Echt nicht? Doch, da. Aber ich kann ihn nicht melden. Ah, das ist bestimmt der Chef gewesen, ne? Ne. Wer denn? Wurdest du gerade rausgekickt? Ja. So, das war's mit Among Us. Wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal und lasst die Glocke da. Tschüss. Tschüss. Tschüss.